Moin, hier ist der Angelus. Es geht weiter mit Horizon heute hier. Nicht nackt am Strand, aber nachts am Strand ist Aloy unterwegs. Denn hier vorne, da vorne, wo die Laternen schon an sind, wartet das zweite Maschinenrennen hier auf Aloy. Auch schon lange her, wo wir das erste bestritten haben. Das war ja noch im Gebiet des Wüstenclans vor Las Vegas noch. Da war ja das erste Maschinenrennen und das haben wir gleich beim ersten Mal gewonnen, erster geworden. Und dann hat uns die Dame ja eingeladen, hierher zu kommen, kurz vor San Francisco und hier das zweite Rennen zu machen. Man sieht hier schon die Spur. Es geht hier lang und hier kommen wir vielleicht auch noch runter, vielleicht mehrere Runden. Die Spuren sind schon ein bisschen auffällig. Also damit starten wir heute in die neue Folge von Horizon. Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen zurück hier zum Let's Play. Die Maschinen stehen schon bereit. Ich bin wirklich gekommen. Da ist sie vom Wüstenclan, mit der wir auch das erste Rennen bestritten haben. Cool. Also viel Spaß mit der Episode. Mal gucken, ob ich das auch beim ersten Mal schaffe. Kann mir aber auch vorstellen, dass es schwieriger wird. Konntest nicht widerstehen, oder? Ich dachte, ich sehe mal nach euch. Aha. Er rannte mal gegen ein Schlachtrücken um die Wette. Nur zum Spaß. Meinst du, deshalb trägt er die Masken? Wegen der Narben? Wovon reden denn alle? Rotzahn ist noch nicht da, um die neue Strecke zu testen. Vielleicht fürchtet er auf dieser zu verlieren. Irgendwann verlässt ihn sein Glück. Und dann zwinge ich ihn mir zu zeigen, was unter der Maske steckt. Ihr habt noch nie gesehen, wie er aussieht. Den Letzten, der das versucht hat, hat er so vermöbelt, dass er nicht mehr ganz richtig tickt. Wir sind uns sehr nahe gekommen. Mich kümmert's nicht. Es zählt nur das, was man auf der Strecke leistet. Erstmal beginnen wir das Rennen ohne ihn. Jossek, sorg dafür, dass ihr eine Maschine bekommt. Wir sind also zweimal laufen. Klingt nach einer Herausforderung, gegen Rotzahn anzutreten. Klar, als träte er gegen Grünschnäbel an. Also, bist du jetzt dabei? Auch noch eine neue Strecke, die noch nicht mal getestet wurde. Okay, wir müssen also jetzt erst mal das Rennen gewinnen, damit Rotzahn auf Aloy aufmerksam wird und dann auch antreten möchte. Auf geht's. Oh Mann. Beschleunigen, verlangsamt, vermeiden, Schaden zu vermeiden. Andere Teilnehmer des Rennens schlagen. Objekt benutzen, nach unten, Bogen gezogen. Ich kann auch andere Leute schlagen. Geil. Wow. Ja, versperrt mir hier noch den Weg. Mit Nahkampf ist ja noch geiler, ey. So. Jetzt sind die aber ganz schön flott da vorne schon. Hey, lass das. Boah. Boah, ich habe beide erwischt einen Schlag erwischt. Hey, ich habe den geschlagen. Ja, jetzt. Aber die vorne sind schon so weit weg. Ah, da. Hey. Jetzt sind wir nicht von hinten geschießen. Komm schon. Wenn ich ihn einer verlangsamen kann, vielleicht noch. Ja, nicht den, sondern den da. Habe ich noch erwischt? Ich kann die Strecke... Ich kann die Strecke gar nicht richtig genießen, weil die alle auf mich schießen. Und schon bin ich erst da. Da steht ja jemand an der Seite. Ja. Das wollte ich vermeiden eigentlich. Weil oder hast du... Ja, der... Ey, jetzt hänge ich an diesem Pfosten fest. Ja. Ist der von... Man. Ja, und da ist die Linie oder was? Nicht nach hinten gucken. Haha. Nee, da ist das Ziel. Hau ab. Alter. Da ist so knapp. Nein, aber... Wie sind die Maschinen? Komm schon. Wir sind noch nicht durch. Ich dachte, das wäre schon das Ziel. Ich glaube, das ist noch lange nicht das Ziel. Das ist was. Oder kämpfen. Lass euch, Grünschmabel. Und so bin ich mal... Mein Ziel... Ziel verteidigen hier. Jetzt lass es mal. Das ist bestimmt weh. Muss man einige zweimal schlagen. Man weiß halt immer nie so genau, wann man sich duken muss, wenn die hinten schießen wollen. Einfach nach hinten gucken. Wäre eine Idee. Hopp. Ja. Wieso kommt... Alter. Ah ja, da muss ich erst mal durchkommen. Sei es, es ist schwieriger, das zu rennen. Wenn ein Rotzahn noch mit dabei ist, dann ist es noch schwieriger. Ja, das war okay. Hinter mir hat es einen erwischt. Aber nicht mich. Wer hat es erwischt? Mir hat es erwischt. Das ist voll lang, das Rennen. Ja. Zu zweit hier, weißt du? Jetzt packen die sich auch noch zusammen, ey. Weil sie allein nicht gewinnen können. Ach, das wirst du bist. Na, wie ist das? Draufgehauen hat. Nein. Das ist doch das. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Das war aber mega knapp, ey. Puh. Nicht schlecht für einen Grünschnabel, was? Ich glaube, du hast eine Chance, gegen Rotzahn zu gewinnen. Sofern ich's nicht vor dir schaffe. Dann versuch's doch. Hex meinte, er hätte eine neue Strecke entdeckt im Himmelsklangebiet, östlich vom Bollwerk. Du solltest sie ausprobieren. Für meinen Sieg gegen Rotzahn kann ich auch mit einem echten Reiter trainieren. Mal sehen. Wenn ich in der Gegend bin, vielleicht. Ich schärfe schon mal meine Pfeile. Zweites Maschinenrennen gewonnen. Okay. Das andere ist im Dschungel dann, beim Tiefclan. Im Dschungel ist bestimmt nervig, oder? Wenn da auch noch vielleicht so Affen und so rumrennen, die dich anspringen. Puh. Das war richtig knapp, ey. Aber cool. Auch coole Location. Ich konnte leider nicht so viel genießen von der Location und von der Strecke, weil ich immer darauf achten muss, dass sie erst da bleibt und die Typen von mir fernhalte. Aber sonst, ganz cool. Ganz cool. So, jetzt habe ich wieder sechs Fähigkeitspunkte und kann mir hier endlich nochmal das Defensivschild nochmal maximieren für den Fall der Fälle, dass ich so etwas immer gebrauchen könnte. So, noch ein Punkt über. So, gucken wir mal. Maschinenrennen. Wie ist denn das Zweite? 28. Knochenbleiche Kluft. Begib dich zur nächsten Rennbahn. Wo ist das denn? Oh Gott, das ist hier im Gebirge. Das ist doch nicht der Tiefland-Clan. Der Tiefland-Clan ist doch hier im Dschungel. Das ist doch der Himmels-Clan in der Gegend. Na, weil wir gerade so eingespielt sind, gehen wir da doch auch gleich mal hin. Nehmen wir hier sogar eine Leuchtfeier. Mal gucken, ob das jetzt schon das Rennen ist, wo Rotzahn mit dabei ist oder ob das sich immer noch nicht zeigt. Weil der Elon noch nicht als Konkurrentin sieht. Hier vorne ist er aufgebaut. Bisschen frostiger auf jeden Fall hier, wenn das hier so bleibt in der Strecke. Maschinenrennen, Knochenbleiche Kluft. Ne, ich bin nicht zum Rennen hier. Ich bin nur zufällig in der Gegend. Nein, Quatsch. Okay. Rede mit Hux. General Hux. Du hast's geschafft, Eloy. Ich hatte gehofft, du kommst. Du kannst dich heute über ein ganz besonderes Publikum freuen. Ach ja! Rotzahn kommt, nicht wahr? Er hat bestimmt gehört, dass er jetzt schwere Konkurrenz hat. Gewinne dieses Rennen, dann tritt der amtierende Champion vielleicht gegen dich an. Hol ihr, was sie braucht, ja, Hux? Alles klar. Bereit uns dein Können auf der Rennstrecke zu zeigen? Okay, doch wohl nicht das letzte Rennen. Er guckt erstmal wieder nur zu, der Rotzahn. Legen wir los. Gesehen habe ich ihn aber noch nicht. Ich kann auch nach hinten schießen, wenn ich dann mit R3, okay. Aber ich sehe ja nicht, wo ich hinreite. Die alle so so schneller wegkommen vom Ziel, ey. Die sind echt flott da vorne immer. Am Anfang jedenfalls. Der ist zu weit weg, glaube ich. Oh, ich blitz. Wow, was ist denn hier? Hä? Sie ist einfach der erste da. Ja, endlich. Keine Munition mehr, aber... Nein! Platz 1 geht mir auf den Sack. Hab dich! So. Erstmal Sachen mitnehmen, die hier überall sind. Hoch! Komm schon. So, Boost hat man noch. Habe ich im letzten Rennen gar nicht benutzt. Aber da brauchte ich auch keinen. Es ist ganz schön gebirgig hier. Boah, nicht alle! Ich hatte noch getroffen. Was war das für eine Abzweigung? Ich bin denen hier nur hinterhergeritten, aber... War das eine Abzweigung? Hier sind verschiedene Abzweigungen. Interessant. Ja, wie der einfach schneller da ist. Haha, dankeschön. Hat mir jemand den Weg frei gemacht. Nicht schlagen. Nicht schlagen. Nein! Ich war doch vorher schon getroffen. Haha, okay. Das war aber heftig. Keine Munition mehr. Überraschung! Ich muss mich wohl mehr anstrengen. Scheiße. Ja. Ja. Kack dich! Ach, ich behalte dich im Auge! Grüß'n habe! Achtung, Maschine! Nein! Den Keine hattest du nicht, Eloy! Haha! Hull, Hull, Hull! Hull, Hull, Hull! Ey! Da ist ein Chaos hier teilweise. Jawoll! Am Ende nochmal Vorsprung rausgeholt. Ich habe ja auch den Boost entdeckt, dass man den auch einsamern kann. Normal. Hier, sag Bescheid, wenn du das bei Gelegenheit mal wiederholen willst. Nur zum Spaß. Danke. Und das Rotzahn, da ist er. Ein schöner Sieg. Ich muss sagen, einen solchen Amoklauf auf der Rennstrecke zu sehen war atemberaubend. Oh, jetzt spricht er. Ich kam, um dem Trupp zu sagen, dass ich südlich der Wüste eine neue Strecke entdeckt habe. Du findest es vielleicht etwas anregender als das, was du sonst tust. Das heißt, wenn du dir die Herausforderung zutraust. Und das von jemandem, der nicht einmal sein Gesicht zeigt? Ich zeig dir meine Dämonen, wenn du mir deine zeigst. Auf der Strecke natürlich. Also steht das Rennen. Nur, wenn du den Ruf vernimmst. Ich kann dich nicht auf mich schießen lassen, wenn du es nicht ernst meinst. Wie rücksichtsvoll. Wir sehen uns auf der Rennstrecke. Macht einen auch mysteriös. Er hat bestimmt sein Reittier gepimpt. Knochenbleiche Kluft abgeschlossen. Na, wieder zwei Fertigkeitspunkte. Voll gut. Silberbarren, auch nice. Okay. Die haben doch ein Feuer hier, ne? Ja, die Stillsande. In der Wüste dann jetzt. Dann hat man auch alle Ebenen, glaube ich, rum, oder? Wobei, das erste Rennen war ja auch mehr Wüste, so. Also, kannst du uns ein Wildschwein braten? Ja, brat mal ein Wildschwein. Nur, wenn ihr es vor mir ins Ziel schafft. Kann ich das Feuer gar nicht benutzen? Ich kann hier vielleicht damit wegreisen. Vorne ist noch ein Feuer. 80 Meter, dann nehme ich das. So. Okay, das zweite Rennen hier war auf jeden Fall schon mal heftiger. Aber am Ende trotzdem nicht so knapp, ne? Aber der Boost, den ich rausgefunden habe, der hat geholfen. Okay, dann schauen wir mal, wo das nächste Rennen ist. Ich muss das erstmal anwählen. Stufe 28, die Stilllande. Es ist voll in Las Vegas, ey. Da muss ich ja sowieso noch ein paar Sachen abgeben. Die ganzen Sachen, die ich gesammelt habe. Also gehen wir da gleich mal hin. Da ist auch komplett ein Feuer am Rennplatz. Können wir direkt loslegen. Las Vegas. Es regnet? In Vegas? In der Wüste? Wüstenregen. Hat man nicht häufig. Kommt sehr selten vor. Aber schön. Ihr startet bei Nacht? Ja, dann sieht es auch besser aus in Vegas. Ruhe dich am Lagerfeuer aus. Nice. Oh oh. Was für eine Strecke. Mhm. Das ist bestimmt richtig so ein Wahnsinniger. Oder? Mit irgendwelchen fiesen Tricks. Es kann losgehen. Ich ahne Schlimmes. Und das wird nicht, wird bestimmt nicht einfach. Also nach hinten schießen wegen des Reitens will ich dich. Ich reite dann bestimmt irgendwo gegen. Das wird nur schief gehen. Machen wir so weiter wie gehabt. Das ist aber schlecht zu sehen hier alles so, weil so dunkel ist. Jetzt langsam. Nein. Nein. Ich liege noch nicht vorn. Leider. Ich muss hier da vorne loswerden. Und dich auch. Keine Munition. Ich hole dich von den Beinen. Cooler Impuls. Mann. Haut nochmal ab hier. Es geht doch nur um den ersten nach vorne. Okay. Der war gut. Jetzt holt sich gleich den Nächster den ersten Platz hier. Mist. Mist. Ach komm ey. Immer wenn ich. Vorne mal auf Platz haben will. Wird ich angeschlagen von der anderen Seite. Das Feld ist viel zu eng aufgebaut. Ja. Mitten im Boost. Wird ich hier an. Wieder abgebremst ey. Komm schon. Ach dann leben ey. Das war's. Schafft. Boah. Okay. Es ist nicht so lang wie die anderen Rennen. Aber. Ich. Wer nun gewinnt. Die sind wilder halt. Es zählt nur das Rauschen des Todes. Das dir in den Ohren klingt. Es ist wilder. Also man kommt nicht so von den Gegnern weg. Es kann losgehen. Ist aber schaffbar. Es war jetzt knapp ey. Hier. Hier. Warte einen Moment. Hab dich. Aber da werde ich zweimal hintereinander gleich getroffen ey. Ja wie denn. Ja wie denn. Davon kriegst du wenigstens ab und zu auch mal so zwei weg. Das ist ganz cool. Das normale Reiten ist einfach so langsam. Hab dich. Ich hab nochmal so ne Bombe ey. Aber ich muss dichter an die rankommen. Hör. Glück ruhig Schnabel. Ja. Hat ja der dann der von der. Ich den hier schon nehm. Jemand ist das übermütig. Hör. Ja. Na wie ist das? Ja voll. Beide erwischt. Gucken. Auch nicht. Ja. Oh jetzt hab ich aber einen guten Vorsprung. Sagst du nichts schief geht gerade. Wo kommt sie denn so schnell her? Ich hab zwei Boost benutzt. Ja. Ich hab zwei Mal geboostet. Wurde dabei nicht getroffen. Ach komm ey. Das gibt's doch nicht. Wie? Ist die so schnell hinter mir hergekommen? Ich dachte du hättest mich diesmal. Ja. Ja. Hatte ich auch. Zweimal geboostet. Ich hatte voll den Vorsprung. Und plötzlich werde ich überholt. Wird ich nie einverstanden mit dem Ergebnis. Oh. Vor dem ein. Sammeln werde ich noch getroffen. Das hab ich die Pfeile nicht gekriegt. Nein. ausweichen. Ja. Komm, komm, komm. Och, lass das doch mal. Ich hab keine Munition, super. Grünschnabel, weißt du, alle Rennen vorher gewonnen. Ich hab ne Falle gelegt da. Es ist immer so ein Krampf, sich an die Spitze zu kämpfen. Nee, ist unnormal. Komm schon, das Rennen ist gleich vorbei. Lau ab! Ich hab dich! Super. Ich hol dich von den Beinen! Nein! Ihr blöden Assis! Das war doch... Ach komm, so kn... Oh! Wer nun gewinnt, es zählt nur das Rauschen des Todes, das dir in den Ohren klingt. Ah, ja, ja, ja. Ich muss erst etwas erledigen. Lass dir Zeit. Genieße die Vorfreude. Lass dir Zeit. Ebenso... Das letzte Rennen war das knappeste überhaupt, ey. Nebeneinander vor der Ziellinie. So ein paar Ärsche, ey, echt. Ich würde am Anfang echt gerne mal mehr... Also, beim Start, weißt du? Warum muss ich eigentlich immer von hinten starten? Machen sie extra. Leute, wir versuchen es in der nächsten Folge nochmal. Sorry, wenn ich ein bisschen aufgeregt war, aber... Die Rennen zu verlieren, das nervt! Ich will gewinnen! Also, vielleicht hat es doch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht zuzuschauen. Wir machen in der nächsten Folge nochmal weiter hier. Es war jetzt am Ende richtig knapp. Also, bis zur nächsten Folge von Horizon. Ciao!